Was geht da? Mein Name ist Musa und ich zeige euch, wie man also ein iPad oder iPad aufladen mit einem Apfel. Zuerst braucht ihr 20 Cent. Müsst ihr dann das einfach so legen, drin. Okay und das gleiche mit deinen anderen Apfeln. Warte, jetzt. Hier liegt es. Und jetzt, jetzt brauche ich ein Buttermesser und lege es da oben hin und jetzt tue ich meine Steckdose rein. Jetzt versuche ich, ob das echt oder fake ist. Mal gucken. Das ist fake. Kein Blitz. Und? Nein, darf man nicht. Fake. Es ist Blitz. Kein Blitz. Fake. Kein Strom am Apfel. Vielen Dank zum Schauen. Viel. Nächstes Mal. Gib daumen. Gib daumen. Gib daumen nach oben und aktiviert die Glocke und gib da ein Abo da. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.